Hallo Leute und willkommen zu einem neuen Video hier auf unserem Kanal und willkommen zu einem neuen Part Kaiserreich. Wir haben bereits den 1. April 1936 und ich bin ehrlich, es innerhalb von einem Part nur bis April zu schaffen, ist so gesehen auch irgendwie ein Rekord. In der Mod passiert einfach viel zu viel und ich bin mir sicher, es wird auch noch einiges passieren. Wir befinden uns nämlich gerade in der größten Wirtschaftskrise, die die Welt jemals gesehen hat. Der schwarze Montag hat große Teile der Industrie weltweit zerstört und es wird noch Monate, wenn nicht sogar Jahre brauchen, um uns da irgendwie rauszubekommen. Und die bereits in neun Tagen anstehenden Reichstagswahlen werden ebenfalls sehr interessant sein und die Richtungen, die sich Deutschland entwickeln, wird maßgeblich bestimmen. Stand jetzt haben wir eine Koalition der Mitte, die allerdings immer weiter schwächelt und keine wirklichen Politiken voranbringen kann, die Wirtschaftskrise nicht in den Griff bekommt und es nicht wirklich schafft, unsere Grenzen und auch unsere Verbündeten zu schützen. Weiterhin besteht die Gefahr, dass die Regierung von Linksextremisten übernommen wird und dem müssen wir uns entgegenstellen, indem wir unseren Machtblock von rechts und auch die Unterstützung des Parlaments so sammeln und erweitern, dass wir Deutschland wieder stabilisieren und uns aus dieser Krise heraus manövrieren können. Wir werden es allerdings nicht aus der Krise heraus schaffen, indem wir einfach nur nichts tun. Es bringt auch Kosten mit sich und wir müssen genau abwägen, wen wir unterstützen und wen nicht. Und glücklicherweise verfügen wir weltweit über bestimmten Einfluss in manchen Ländern. Beispielsweise gehören uns sehr viele polnische Besitztümer. Und auch wenn wir natürlich ein großes Interesse daran haben, unseren Einfluss in Polen weiter auszubauen, ist das jetzt nicht der wichtigste Basal, den wir besitzen. Dementsprechend werden wir hier 10% unserer Besitztümer verkaufen, um den politischen Macht zu wachsen, unserem Land massiv zu erhöhen, um damit wiederum so schnell wie möglich aus unserer Krise herauszukommen. Und wenn wir dann unser Land stabilisiert haben, die neuen Mittel, die dadurch eben frei wären, wieder in Polen zu investieren. Dasselbe werden wir wahrscheinlich auch in allen anderen Kolonien machen. Dabei ist es auch wichtig, wie nützlich diese für uns sind. Das schauen wir uns dann aber jeweils im Einzelfall an. Die Deutsch-Asiatische Bank beantragt eine Bürgschaft. Sie wollen also effektiv, dass wir die Bank retten. Und das werden wir tatsächlich auch machen, da Asien sehr wichtig ist. Die Deutsch-Asiatische Bank in Shanghai wickelt nämlich unsere gesamten Ostgeschäfte ab. Und wir sehen vor allem in Deutsch-Ostasien unglaublich viel Gummi, Chrom und Wolfram. Und das sind natürlich kriegsentscheidende Güter. Das heißt, wir werden in diesem Teilbereich der Welt alles daran setzen, um die Kolonien so prosperierend und stabil wie möglich zu halten. Wie zu erwarten war, ergaben die Wahlen keine Mehrheit. Und dem Kaiser blieb nichts anderes übrig, als einen Kompromisskandidaten vorzuschlagen. In dem Fall würde, wie bereits erwartet war, Schleicher zum Reichskanzler gewählt. Die Person ist an sich nicht ganz unumstritten. Man nennt ihn auch den Roten General, da er sehr eng verworren mit den Gewerkschaften ist, was natürlich innerhalb der Krise ein großer Vorteil sein kann. Allerdings kostet uns seine Politik ziemlich viel Wirtschaftsleistung. Wir sehen, die Konsumgüter gehen noch weiter nach unten bzw. nach oben, wodurch wir weniger nutzen können. Was alles nicht ganz optimal ist. Wir werden uns also nochmal anschauen, ob wir diese Wahl weiter vortragen werden oder ob wir eben Gegenkandidaten aufstellen. Aber fürs Erste müssen wir eben mit dem Kabinett Schleicher leben. Schleicher hat in seiner ersten Rede auch direkt einen etwas unorthodoxen Ansatz der Wirtschaftspolitik vorgeschlagen und zwar eine sogenannte beschäftigungsorientierte Konjunkturpolitik. Das bedeutet vereinfacht Folgendes. Wir haben momentan das Problem, dass sehr viele Leute arbeitslos geworden sind. Dadurch haben sie kein Einkommen mehr. Da sie kein Einkommen haben, können sie nichts einkaufen, wodurch die Unternehmen, zum Beispiel jetzt einen Supermarkt, bei dem sie normalerweise eingekauft hätten, weniger Umsatz hat, seine Beschäftigten wiederum nicht bezahlen kann und diese gefeuert werden. Die wiederum haben weniger Einkommen und so weiter und so fort. Das Rad dreht sich immer weiter. Das Ziel ist es jetzt eben, diese Spirale nach unten zu beenden, indem wir in irgendeiner Art und Weise eingreifen, zum Beispiel durch Beschäftigungsmaßnahmen oder indem wir Unternehmen Gelder zur Verfügung stellen, um die Leute wieder zurück in die Arbeit zu bringen, sodass sie ein Einkommen generieren, sodass sie einkaufen können, sodass die Unternehmen neue Arbeitskräfte einstellen können und so weiter, um eben wieder die Konjunktur in Schwung zu bringen und die Wirtschaft damit zu stabilisieren. Das ist im Jahre 1936 ein sehr unorthodoxer Vorschlag. Kleiner ökonomischer Einschub an der Stelle. Heutzutage ist das absoluter Standard und ihr habt bestimmt mal den Begriff Kurzarbeit oder ähnliches gehört. Das wird quasi in jedem Land der Welt inzwischen so oder so ähnlich gehandhabt. Hat auch Nachteile, auf die gehen wir später ein. Ist aber auf jeden Fall ziemlich effektiv. Und vor allem, wenn die Wirtschaft in einem Ungleichgewicht ist, das eigentlich eher auf zum Beispiel Finanzmarktspekulationen basiert hat, ist es sehr effektiv, da die Realwirtschaft ja noch starr steht. Es gibt immer einen gewissen Unterschied, ob zum Beispiel die Unternehmen komplett zerbombt würden oder ob den Leuten einfach nur das Geld fehlt, um Waren zu kaufen, die bereits vorhanden sind. Wir beobachten das also weiter und befassen uns jetzt dann auch intensiver damit, den schwarzen Montag zu überwinden. Bei der Bekämpfung der Krise haben wir zwei Alternativen, und zwar den Rathentau-Plan und den Planentwurf von Tarnow und Bade. Beide gehen eher in eine keynesianische Richtung, was auch Sinn ergibt, da wir jetzt kurzfristig handeln müssen. Rechts sehen wir aber eindeutig stärkere Eingriffe des Marktes, beispielsweise durch Preiskontrollen, die ich sehr, sehr skeptisch sehe. Das kann funktionieren, wenn auch aufgrund von irrationalen Problemen, beispielsweise Preisverzerrung, Asymmetrie der Information, was in so einer Krise durchaus passieren kann, einfach die Preise über den Marktpreis steigen würden, und man dann eben eingreift und verhindert, dass sie weiter ansteigen. Das kann aber zu klassischen DDR-Phänomenen führen, wie dass die Güter zwar sehr günstig sind, aber einfach nicht mehr vorhanden und sie auch gar nicht mehr importiert oder hergestellt werden können. Gleichzeitig kann man Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen nutzen, dadurch wird Leuten einfach ein Arbeitsplatz zugewiesen, der gegebenenfalls auch gar nicht wirtschaftlich ist. Das klingt zwar erstmal gut, weil die Leute dann arbeiten, das Problem ist nur, dass dadurch, dass wir zum Beispiel Leute jetzt die Straßen fegen lassen und das vom Staat komplett subventionieren, konkurrierende Arbeitsplätze, die ebenfalls von solchen Leuten ausgeführt werden könnten, also vor allem einfache Arbeit, substituiert wird. Das bedeutet, dass die Löhne der Unterschicht weiter sinken können und deswegen sind solche Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen nicht umsonst in den meisten Ländern wieder abgeschafft worden. Die können also komplett nach hinten losgehen, auch wenn sie kurzfristig natürlich einen gewissen Effekt haben. Die Ausweitung staatlicher Kredite und die Bildung einer Bankenaussicht sind wiederum sehr sympathisch, weil sie sehr gut in der Krise funktionieren, um eben das gesamte System zu stabilisieren und wieder mit liquiden Mitteln auszustatten. Wir werden uns jetzt aber trotzdem für den Ratentau-Plan entscheiden. Auch wenn wir hier jetzt noch nicht von neoklassischen Ansätzen reden können, ist es hier zumindest mal etwas marktorientierter. Wir haben hier zum Beispiel die Möglichkeit, Warenproduktion zu rationalisieren, in dem der Staat bestimmte Standards vorgibt, nach denen produziert werden muss. Dadurch wird einfach eine gewisse Qualität sichergestellt und die Unternehmen können die Krise nutzen, um vorhandene Strukturen, zum Beispiel bestimmte Abteilungen, die total veraltet sind und eigentlich nur noch existieren, weil man bis jetzt noch nicht dazu kam, sie umzuwandeln oder weil es eben von der inneren Verwaltung Widerstand gibt und sowas passiert deutlich öfters, als ihr denkt. Solche Dinge kann man alle jetzt in der Krise quasi umwandeln. Man kann die Krise nutzen, um Prozesse zu rationalisieren. Das bedeutet, man versucht mit so wenig Input wie möglich das Gleiche oder optimalerweise sogar noch mehr zu erreichen, was auch notwendig sein wird, da wir ja nicht die Einzigen sind, die betroffen sind, sondern auch andere Länder. Das bedeutet, unsere Importwaren sollten im Regelfall auch zurückgehen und daher ist diese Rationalisierung extrem wichtig. Gleichzeitig haben wir hier noch die Chance auf einen sehr langfristigen Plan und zwar die Chancengleichheit, indem wir einfach versuchen, die guten Arbeitskräfte aus der gesamten Bevölkerung und nicht nur aus der Elite heraus zu erkennen, indem wir eben allen eine schulische Bildung ermöglichen. Das erhöht hier definitiv die Forschungsgeschwindigkeit und bringt uns langfristig extrem viel. Kurzfristig werden aber auch hier auf klassisch-kensianische Mittel gesetzt. Hier können wir zum Beispiel so eine Art Arbeitsbeschaffungsmaßnahme einführen, die aber gleichzeitig noch Zivilfabriken erschafft, was natürlich sehr praktisch ist. Und hier haben wir eine Art Staatsnachfrage, indem wir die Kriegswirtschaftsämter erneuern und damit zum Beispiel Rüstungsaufträge ausgeben, um die Industrie wieder hochzufahren, Arbeitsplätze zu schaffen etc. Eben der Prozess, den ich vorher erklärt habe. Schauen wir uns jetzt aber das schwarze Montags-Minispiel an. Das Ganze funktioniert wie folgt. Wir treten quasi gegen die Krise an und haben Angriffs- und Verteidigungswerte. Das bedeutet einfach nur, wenn wir den wirtschaftlichen Abschwung abwehren, das bedeutet, wir haben mehr Punkte, wichtig, nicht Gleichstand, sondern mehr Punkte, dann bleibt die wirtschaftliche Lage auf dem Wert, den wir hier gerade sehen, beispielsweise minus 10. Wenn wir jetzt aber bei Investitionen auch noch mehr Punkte haben als eben die Krise hier, dann sinkt die wirtschaftliche Lage um 1. Um das Ganze zu beeinflussen, haben wir verschiedene Karten, die verschiedene Effekte haben. Zum Beispiel können wir die Art der Krise ändern, wir können eben Punkte hinzufügen, wie hier durch die Geldausgabe in Form von Stabilität und Investition. Und es gibt noch ein paar besondere Karten, die spezielle Effekte haben. Wir haben allerdings nur eine beschränkte Anzahl an Instrumente. Allerdings durch unseren Fokus, den wir gerade ausgewählt haben, bekommen wir beispielsweise neue und können die auch immer weiter ausbauen. Und ich meine zu behaupten, es gibt sogar Events, die uns weitere Möglichkeiten geben. Unsere aktuelle Krise ist eine sogenannte Liquiditätskrise. Also das klassische Phänomen, dass zwar Güter da sind, allerdings die Leute kein Geld in der Tasche haben, um es zu kaufen. Quasi das Gegenteil von dem, was während der Corona-Krise passiert ist. Natürlich ist es in solchen Zeiten sehr, sehr sinnvoll, die Geldausgabe zu erhöhen. Das kann, so kann man sich es am einfachsten vorstellen, dadurch passieren, dass der Staat einfach jedem Geld gibt, sogenanntes Helikoptergeld. Oder es kann zum Beispiel auch dadurch umgesetzt werden, dass die Zinsen gesenkt werden und dadurch die Banken mehr Kredite vergeben können, was auch insgesamt die Geldmenge erhöht. Das ist an der Stelle jetzt auch extrem effektiv, weswegen wir das einmal auswählen und uns damit nur noch 1000 Punkte auf beiden Seiten fehlen. Jetzt fängt das Spiel aber an, etwas komplexer zu werden. Und zwar kosten uns die meisten Karten Geld und dadurch steigt der Schuldenstand. Steigt der Schuldenstand auf 150%, bekommen wir die ersten Probleme. Steigt er auf 200%, gehen wir komplett bankrott. Wir können also nicht beliebig viele Karten ziehen. Allerdings gibt es auch die Möglichkeit, mit politischer Macht diese Schulden wieder zu senken. Das werden wir später sehen. Und deswegen ist es realistisch, dass wenn wir bei den Kolonien und zum Beispiel anderen Ländern ein bisschen sparsam mit der politischen Macht umgehen und uns da ein bisschen darauf konzentrieren, dass wir dann die Schulden später wieder abbauen können. Das heißt, ich würde jetzt erstmal sehr offensiv Karten einsetzen, auch wenn zum Beispiel Beschäftigungsprogramme total ineffizient sind bei der Liquiditätskrise. Das bringt nicht sonderlich viel, also wir haben keinen Bonus darauf. Aber es würde uns trotzdem jetzt über die 2500 Punkte bringen, auch mit den Kapitalkontrollen, die vielleicht noch irgendwo sinnvoll sind, weil wir eben verhindern, dass Geld abfließt. Aber das ist an der Stelle nicht so wichtig, weil wir eh den Goldstandard aufgehoben haben. Damit steigen wir jetzt auf 108% Verschuldung, aber wir können die Krise auf minus 9 senken. Und das ist auch wichtig, da diese Zahl eben bestimmte Mali hat und wir jetzt schnell Konsumgüter und auch Baugeschwindigkeit freigeschalten haben. Und so treiben wir das Ganze weiter. Wobei ich auch sagen würde, ihr müsst nicht jede Runde gewinnen. Es reicht teilweise, wenn ihr den wirtschaftlichen Abstieg blockiert habt, wenn ihr einfach ungünstige Karten habt oder auch die Krise überhaupt nicht zu euren Karten passt, dann ist es absolut legitim, das Ganze eben eine Runde weiter zu treiben. Weil sonst geben wir einfach nur unglaublich viel Geld aus und haben dann zwar die Krise überwunden, sind aber so verschuldet und unsere Wirtschaft ist so demoliert, dass wir direkt in die nächste rutschen. Als Vizekanzler wählen wir natürlich einen Politiker aus der schwarz-weiß-roten Koalition. Soweit ich das verstanden habe, verhindert das nämlich, dass gegen Parteien aus unserer Koalition Maßnahmen ergriffen werden, um die irgendwie zu schwächen. Um das zu verstehen, muss ich direkt das nächste Minispiel erklären, und zwar das Kabinett Schleicher. Hier geht es darum, dass wir bestimmte Parteien in der Mitte haben, die sich weder zur Demokratischen Union, also den Linksradikalen, oder eben zur schwarz-weiß-roten Koalition, also uns, bekannt haben. Und abgesehen von Events haben wir hier nur die Möglichkeit, bestimmte Parteien zu blockieren, dass eben niemand auf eine bestimmte Seite gezogen wird. Und da müssen wir jetzt überlegen, wen wir denn wählen. Ich denke mal, es ist relativ klar, dass die DKP und auch die Bauernpartei zu uns halten wird. Und es ist auch ziemlich klar, dass die linken Parteien früher oder später zur Demokratischen Union kommen. Die Sache ist nur die, es kommt ja auch darauf an, wie schnell wir das machen. Das heißt, wir versuchen natürlich, Parteien aus der Mitte, das ist jetzt meine Strategie, zu blockieren, sodass die eben nicht zum linksextremistischen Bündnis gehen. Gleichzeitig, weil wir immer zwei auswählen können, wählen wir aber auch eine Partei, bei der wir davon ausgehen, dass die Demokratische Union versucht, sie zu beeinflussen. Beide ist das hier jetzt nicht sonderlich übersichtlich dargestellt, aber ich habe auf jeden Fall mal die LVP blockiert, weil das einfach 28 Stimmen sind, und weil es ebenfalls sehr viele Stimmen sind, das Zentrum links. Da es eben sehr problematisch wäre, wenn diese 59 Stimmen an die Linksextremisten fallen. Wir sehen hier, die haben 139 von 223 benötigten Sätzen, wir haben gerade mal 83. Das bedeutet, wir müssen so schnell wie möglich aufholen. Wir stehen mal wieder vor zwei wichtigen Entscheidungen. Zum einen gibt es im vereinigten baltischen Herzogtum Aufständische und Probleme, die wir mit politischer Macht besänftigen könnten. Allerdings habe ich ja erwähnt, dass wir damit sehr sparsam umgehen müssen. Das bedeutet, wir werden nicht die 70 politischen Punkte einsetzen, sondern die 30, um das Schlimmste zu verhindern. Wir werden das Ganze aber natürlich weiter beobachten. Wichtiger ist jedoch die Entscheidung über Preußens Ministerpräsident. Das System in unserem Land ist nämlich etwas kompliziert. Wie wir alle wissen, war es vor dem Ersten Weltkrieg normal, dass eben der Ministerpräsident von Preußen auch gleichzeitig Reichskanzler war. Hier hat sich das jedoch ein bisschen geändert, nachdem ein Südkatholiker an die Macht kam und das die Protestanten im Norden natürlich gar nicht gut fanden. Und da wurde dieses System eben etwas aufgebrochen. Das Problem ist jedoch, dass Preußen 70 Prozent des Landes beherrscht. Das bedeutet, wir haben quasi nochmal einen inneren Kanzler und einen äußeren Kanzler, die natürlich in Krisenzeiten miteinander arbeiten sollten. Es würde also durchaus Sinn ergeben, diesen Ministerpräsidenten abzusetzen. Allerdings ist der gute Röthner ein sehr, sehr erfahrener Politiker, der vor allem daran interessiert ist, die Linksextremisten von der Regierung fernzuhalten. Das bedeutet, er ist nicht unbedingt auf unserer Seite, er ist wie ein Veteran der Politik und auch generell gut vernetzt, aber generell garantiert eine gewisse Stabilität, die ich nicht missen möchte. Und wir wissen ja auch nicht, wie lange noch Schleicher an der Macht bleibt. Dementsprechend ist es natürlich nicht optimal, dass wir zwei Regierungen auf einmal haben. Ich würde aber in ihn vertrauen und an der Regierung halten. Den Gewerkschaften und Arbeitern gefällt meine Politik überhaupt nicht. Wir haben eine zunehmende Militanz der Arbeiter. Das ist natürlich sehr schlecht und erhöht den Syndikalismus, senkt die Stabilität. Wir werden das weiter beobachten und müssen hoffentlich nicht mit Gewalt dagegen vorgehen. Wo wir wiederum wahrscheinlich noch mit Gewalt vorgehen werden, weil so etwas definitiv bestraft gehört, ist gegen Rumänien. Die haben nämlich unsere Ölfelder verstaatlicht und damit uns enteignet, was natürlich sehr problematisch ist und unsere Versorgung mit Öl gefährdet. Dementsprechend müssen wir da gegebenenfalls gegen vorgehen. Jedes Jahr kam es am 1. Mai zu Aufständen, aber dieses Jahr haben sie eine ganz andere Dimension angenommen. Aufgrund der Krise, weswegen der Regierung nichts anderes übrig blieb, als Tausende von Polizisten auf die Straßen zu schicken und diese Demonstrationen zu unterdrücken. Dabei kam es jedoch auch zu Todesfällen und straßenschlachtähnlichen Zuständen, vor allem im Berliner Wedding. Um die darauffolgende Eskalation jedoch so niedrig wie möglich zu halten, wird versucht, die Publikation dieser Zahlen, so gut es geht, in den linksradikalen Zeitungen zu unterdrücken. Die Polizei muss aber auf jeden Fall aufmerksam bleiben, da eben nicht ausgeschlossen ist, dass die Syndikalisten sich noch weiter radikalisieren. Wir verlieren 30 im Anstärke, die Syndikalisten werden stärker und der wirtschaftliche Niedergang wird um 250 Punkte angehoben, während wir gleichzeitig Stabilität verlieren. Und da sieht man einfach wieder, dass die Linksradikalen in unserem Land nichts anderes tun, als es zu destabilisieren und es in den Abgrund zu treiben. Aufgrund der Wirtschaftskrise ist die Ostbahn in finanzielle Schwierigkeiten geraten, und zwar ist das die polnische Eisenbahn, die in großen Teilen von deutschen Unternehmen gehalten wird. Jetzt bin ich kein Freund davon, Unternehmen zu retten. Allerdings ist es so, dass diese Eisenbahn strategisch sehr, sehr wichtig ist, um potenziell unsere Truppen im Osten zu versorgen, falls es zu Konflikten gegen Russland kommen sollte. Dementsprechend werden wir hier 50 politische Macht investieren, um das Ganze finanziell zu retten. Nach Rumänien hat nun auch Griechenland deutschen Besitz beschlagnahmt. Die Länder verstehen einfach nicht, dass es nichts bringt, Unternehmen zu verstaatlichen. Das ändert nichts daran. Wenn eine Firma keine Rohstoffe mehr hat, um etwas zu produzieren, ist es egal, ob sie im Privatbesitz, im Staatsbesitz oder sonst wie ist. Dementsprechend habe ich da natürlich überhaupt kein Verständnis für und wir können uns nicht mehr länger auf der Nase herumtanzen lassen. Das bedeutet, wir werden Sanktionen verhängen und alle Geschäfte auf einmal herausziehen, dass nicht nur die griechische Wirtschaft komplett kollabiert, sondern auch jedes andere Land gewarnt davor ist, was passieren wird, wenn sie anfangen, deutsche Unternehmen zu verstaatlichen. Diese Runde vom Schwarzen Montag ist etwas knifflig, da wir wieder eine Liquiditätskrise haben und wir könnten zwar den Typ ändern, allerdings haben wir noch die Preisüberwachung. Das bedeutet, um das Ganze zu gewinnen, können wir noch weitere Karten ziehen und auch die neuen Karten haben keine große Änderung gebracht. Wir haben also die Krise auf eine Arbeitskrise umgewandelt. Das heißt, wir haben hohe Arbeitslosigkeit und da hilft natürlich ein Beschäftigungsprogramm, das uns direkt mal 2250 Stabilität gibt. Das heißt, wir werden die Krise auf jeden Fall mal abwenden können. Jetzt ist die Frage, reichen die Punkte? Wenn wir hier nämlich noch den Reichspark Ost unterstützen, bekommen wir 1400 Punkte auf beiden Seiten und da sehen wir, wir sind genau 25 Punkte drüber. Es ist eben wichtig, keine unnötig teuren Maßnahmen zu ergreifen. Das heißt, wir haben die Runde auf jeden Fall sehr, sehr gut überstanden. Es ist der zweite Sonntag des Mais und damit Muttertag. Natürlich lassen wir die künftigen Generationen wissen, dass Schleicher die Frauen mehr respektiert als jede andere. Ich meine natürlich, als konservativer Politiker legt man ja immer sehr viel Wert auf die Frauen, was nicht nur Stabilität bringt, sondern auch die Beliebtheit der autoritären Demokratie. Um die Inflationskrise in diesem Monat zu überwinden, haben wir auch nicht nur auf Kapitalkontrollen gesetzt, wir haben auch mit den Unternehmen zusammengearbeitet, haben Unterstützung durch den Reichsparkt Ost empfangen, haben Preisüberwachung durchgeführt und haben das Ganze auch noch vom Kanzler verkünden lassen, um einige Boni zu bekommen. Da sind wir ein bisschen übers Ziel hinaus geschossen und haben auch die aktuelle Verschuldung ziemlich weit hochgetrieben. Aber man muss auch sagen, Inflationskrisen zu bekämpfen ist extrem problematisch, weil es immer darauf ankommt, was die Inflation treibt. Es gibt zum Beispiel angebotsgetriebene Inflationen, beispielsweise wenn Unternehmen schließen müssen. Wir haben vermutlich hier eine nachfragengetriebene Inflation, weil die Wirtschaft sich jetzt langsam erholt und einfach sehr viel mehr Güter produziert werden. Das ist eben der negative Effekt unserer Arbeitsmaßnahmen, die wir vorher ergriffen haben. Ihr habt vielleicht mal in der Schule oder Uni von der Philips-Kurve gehört, die eben besagt, dass man in der kurzen Frist mit Hilfe von Arbeitslosigkeit Inflation bekämpfen kann oder eben mit erhöhter Inflation Arbeitslosigkeit bekämpfen kann. Da gibt es eben einen gewissen Trade-off, den kann ich gerne mal genauer erklären. Aber den, wenn es an der Stelle vielleicht auch nur Zufall ist, erleben wir jetzt hier gerade live, was das Ganze ein bisschen problematisch macht. Und ich hatte auch überlegt, ob wir die Runde einfach nur versuchen, irgendwie durchzukommen. Aber aktuell ist die wirtschaftliche Lage noch so schwierig, dass ich jetzt ganz gern durchgekommen wäre. Wir müssen uns aber zukünftig überlegen, ob wir damit weitermachen. Wir haben auch das Problem, dass der Rathentau-Plan aktuell noch nicht so gut funktioniert. Das bedeutet, wir müssen jetzt so schnell wie möglich den Fokus vorantreiben, um noch mehr Karten zu sammeln, um diese Krisen überwinden zu können. Trotz unserer Bemühungen wurde die Regierung in Preußen gestürzt, was natürlich ein bisschen problematisch ist. Allerdings ist der neue Kandidat immer noch mit rechts orientiert, was bedeutet, dass leider auch die Sozialdemokraten einen Bonus bekommen wir aber auch. Und wir bekommen noch mehr rekrutierbare Bevölkerung. Das kann vielleicht in Zukunft nützlich sein. Wir müssen die Situation in Preußen aber auf jeden Fall weiter beobachten. Die Zentrumspartei tagt und es war ein riesen Hin und Her. Ob sie nun einen gemäßigen Kandidaten nehmen, der allerdings dann als zu schwach angesehen würde, dann wollte man eine Dreifachspitze etablieren. Das hat allerdings auch nicht funktioniert. Und bevor das Ganze im Chaos versunken, ist es nun ein bayerischer Konservativer in die Macht gekommen, der gute Herr Fritz Schäfer, der sich natürlich eher der schwarz-weiß-roten Koalition annähern wird, was für uns sehr, sehr gute Nachrichten sind. Wir konnten Teile der preußischen Ostbahn an Ukrainer tatsächlich verkaufen. Wir besitzen immer noch genügend Prozent, sodass wir uns keine Sorgen machen müssen. Aber wir bekommen 50 politische Macht, was natürlich sehr schön ist. Was wiederum überhaupt nicht schön ist, ist der Generalstreik an der Ruhr. Die Folgen des ersten meisten, jetzt nämlich auch auf dem Arbeitsmarkt, zu spüren. Die Gewerkschaften haben höhere Löhne gefordert. Das konnten allerdings die Arbeitgeber nicht annehmen, weil die Lohnerhöhung zu einem Rückgang der Wettbewerbsfähigkeit geführt hat. Und das bedeutet nicht, dass, wenn zum Beispiel die Löhne um 5% steigen, dass dann eben der Chef 5% weniger verdient. Es kann bedeuten, dass, wenn die Unternehmen wettbewerbsunfähig werden, sie überhaupt nichts mehr verkaufen und einfach komplett pleite gehen, alle Leute arbeitslos werden. Also da muss man manchmal schon abwägen. Es ist nicht einfach nur ein, wir nehmen es den Leuten, denen das Unternehmen gehört, irgendwie ein bisschen weg und geben es an die Arbeitskräfte. Nein, wenn die Produktionskosten massiv ansteigen, kann das dramatische Folgen haben. Dementsprechend konnten die Arbeitgeber nicht anders und haben auch ihr Mittel im Arbeitskampf genutzt, was übrigens immer noch legal ist und zwar die Aussperrung. Also es kann nicht nur gestreikt werden, es kann auch ausgesperrt werden, sodass die Arbeitskräfte eben nicht zur Arbeit kommen können. Aufgrund der Gegebenheiten, die eben schon davor geschehen sind, beispielsweise dem 1. Mai, hat dies allerdings zu einem Generalstreik geführt, da auch andere Arbeitskräfte aus der Region der Ruhr sich mit den betroffenen Arbeitskräften solidarisiert haben und dadurch gibt es jetzt mehr als eine Million Menschen im Generalstreik. Das ist natürlich hochgradig problematisch und sowas kann das gesamte Land extrem destabilisieren, vor allem wenn man bedenkt, dass wir gerade aus der Krise herauskommen wollten. Dementsprechend müssen wir uns dem natürlich widmen. Die Kommunisten versuchen den Aufstand an der Ruhe für sich zu vereinnahmen und rufen zum bewaffneten Kampf auf. Das ist natürlich hochgradig problematisch und wir sehen, dass die Eskalation bereits bei 40 von 100 ist. Das müssen wir natürlich direkt abschwächen. Da ist es jetzt unsere oberste Priorität, vor allem die Verbreitung von Propagandamaterial einzuschränken, indem wir die Verteilung von die rote Fahne, eben so ein linksradikales Propagandablatt, verbieten und so gut es geht einschränken. Das wird für das erste Intensität etwas reduzieren, allerdings nicht sonderlich weit Richtung Null bewegen. Das heißt, wir müssen das Ganze auf jeden Fall noch weiter beobachten. Es kam zu Straßenschlachten unter Zivilisten. Tatsächlich haben einige vom Streik eben auch geschädigte Bürger, Syndikalisten in Essen angegriffen, nur ist die Frage, ob wir die Opfer entschädigen. Allerdings hat sie niemand dazu gezwungen, sich diesen linksradikalen Syndikalisten anzuschließen, weswegen es hier keinerlei Entschädigungen gibt. Das kostet uns 75 politische Macht und 10% Stabilität, erhöht auch den Arbeitsaufstand, aber wir können kein Mitleid mit diesen Linksradikalen haben. In Südostasien gibt es einige Probleme. In Siam gab es vorher eine Revolution, das hat schon angedeutet, dass die Lage hier ein bisschen instabiler wird, aber tatsächlich versucht Indochina natürlich getrieben von den linksradikalen Totalisten unsere Gebiete zu erobern, was natürlich hochgradig problematisch ist. Wir können unsere Kolonien allerdings nur so gut es geht unterstützen, wir können keine Truppen schicken, wir können ihnen allerhöchstens Material zusenden, das werden wir vermutlich auch tun, aber auf jeden Fall müssen wir diesen Krieg jetzt erstmal weiter beobachten und hoffen, dass wir die Kolonien halten können, wie erwähnt, das sind so ziemlich die wichtigsten, die wir aktuell besitzen. Die Ruhrkonflikte eskalieren immer weiter und leben inzwischen große Teile unserer Wirtschaft, daher kam die Idee auf unseren Reichskanzler in das betroffene Gebiet zu schicken und zu versuchen die Gewerkschaften zu besänftigen. Das ist prinzipiell eine gute Idee, das Problem ist nur, dass wir den Reichskanzler natürlich nicht ohne Geleitschutz schicken können, das bedeutet, wir werden natürlich zwangsläufig bewaffnete Truppen in das Gebiet schicken müssen und das birgt die Gefahr der Eskalation, wir werden es allerdings versuchen und hoffen, dass das Ganze positiv ausgeht. Die rheinischen Arbeiter haben angefangen Selbstverteidigungstruppen zu gründen, was uns an den Rand eines Bürgerkriegs treibt. Wir haben natürlich keine andere Wahl, als diese Gruppen mit Gewalt aufzulösen, das ist eine Eskalationsspirale, die schon viel zu lange anhält und garantiert in so einem Konflikt ausarten wird, das heißt, wir müssen jetzt einschreiten, bevor sie sich zu weit militarisiert und bewaffnet haben. Es ist Zedernstag, fünf politische Macht. Wir haben einen guten Eindruck im Ruhrgebiet hinterlassen, was bedeutet, dass wir nicht nur Stabilität und politische Macht bekommen, wir können die Intensität des Ruhraufstandes auch reduzieren. Gleichzeitig habe ich die Produktion neuer Truppen tatsächlich bänden müssen, da wir keine Waffen mehr auf Lager hatten, um sie den indochinesischen Interventionstruppen zu schicken. Das bedeutet, wir schicken das einmal nach Fernost und beobachten nun, wie sich die Besetzung des östlichen Rheinlandes ausübt. Aktuell sind wir bei einer Intensität von 55 von 100, das geht noch, aber wir werden das natürlich weiter beobachten. Belgien hat sich für unabhängig erklärt und wir haben ihnen sogar angeboten, das diplomatisch zu lösen. Sie haben den Vertrag jedoch abgelehnt, was natürlich hochgradig problematisch ist und ich sage mal, es ist gut, dass unsere Truppen bereits an der Grenze stehen, da wir potenziell eingreifen müssen, was natürlich problematisch ist, weil das Rheinland aktuell in Aufruhr ist. Dementsprechend können wir uns statt jetzt keinen Konflikt leisten. Wir werden das Ganze aber auch weiter beobachten und uns noch offen halten, das Ganze militärisch rückgängig zu machen. Wir kamen jetzt auch zum ersten Mal in die Situation, dass es nicht sonderlich sinnvoll ist, die Runde gegen die Krise zu gewinnen, da wir alle unsere Punkte ausgeben müssen und dann gerade auf 3.250 landen würden. Das bedeutet, wir müssten nochmal neue Karten ziehen und die aktivieren, das wäre einfach zu teuer. Weiterhin haben wir das Problem, dass sich zwar der gesamte rechte Block jetzt uns angeschlossen hat, aber wir leider keine Mehrheit bekommen. Das bedeutet, wir können aktuell nichts anderes machen, als zu verhindern, dass die linken Parteien sich weiter zusammenschließen und ich versuche es gerade durch den Aufbau einer Propagandamaschinerie, die Sitze der Parteien, die wir aktuell kontrollieren, zu verstärken. Das ist nämlich unsere einzige Chance, wie wir auf die 223 Sitze kommen. Wir befinden uns politisch in einer unglaublich schwierigen Situation. Wir haben keine Möglichkeit mehr, eine parlamentarische Mehrheit zu erreichen, da wir wahrscheinlich nicht den Minderheitsblock oder die LVP, auch die rechte Flanke der LVP, in irgendeiner Art und Weise zu uns bringen können. Die wirtschaftliche Lage ist zwar okay, aber da kommen wir aktuell auch nicht wirklich voran. Das schauen wir uns aber gleich an. Das Problem ist jetzt nur, dass der Kaiser das Vertrauen in Schleicher verloren hat. Er hat es nicht geschafft, im Ruhrkampf tatsächlich für Ruhe zu sorgen, was weitreichende Konsequenzen für unser Land hat. Wie zu erwarten war, ist Schleicher schlicht und ergreifend zu schwach, um diese Krise zu überwinden, weswegen der Kaiser das Vertrauen in ihn verloren hat. Das ist jedoch die Zeit, dass die schwarz-weiß-rote Koalition sich zusammenschließt und endlich die Regierung bildet, wenn auch nicht über parlamentarischen Weg, dann doch durch die Gunst des Kaisers. Und dadurch sollte es möglich sein, die Syndikalisten im Ruhrgebiet endlich zurückzuschlagen und für Stabilität in unserem Land zu sorgen. Und weil ich es nicht besser formulieren könnte, lese ich ausnahmsweise mal einen Teil des Events vor. Zum ersten Mal seit Jahrzehnten wird Deutschland wieder von einer echten konservativen Regierung geführt. Jahre der Parlamentarisierung, des Liberalismus und der Reformen konnten die Reaktion der deutschen Konservativen nicht aufhalten. Und nun sind sie mit voller Wucht zurückgekehrt. Die Weltgemeinschaft pocht auf schwarz-weiß-rote Regierung in Deutschland. Wir konnten die konservative Revolution zurückführen und Namen, die ihr euch merken solltet, wäre der konservative preußische Beamte Ewald von Kleist-Schmenzin. Er wird nämlich das Reichskanzleramt übernehmen und vor ihm steht ein großer Berg an Aufgaben, um das Land eben wieder zu stabilisieren. Da würde ich sagen, lasst uns damit beginnen. Die innenpolitische Situation hat sich dadurch extrem geändert und wir haben jetzt ganz andere Ziele zu verfolgen. Allerdings gibt es auch Spannungen in Spanien und auf dem Balkan, natürlich nicht zu vergessen in der Ukraine oder auch in Fernost, auch wenn wir da ja endlich die Truppen entsenden konnten, in Form der Waffen zumindest mal, um unsere Kolonie dort zu verteidigen. Das bedeutet, nachdem wir uns jetzt sehr intensiv der Innenpolitik gewidmet haben und auch versucht haben, die Wirtschaftskrise zu überwinden, werden wir auf jeden Fall die nächsten Monate nutzen, um außenpolitisch unsere Macht zu festigen. Wir werden in Bürgerkriege eingreifen, wir werden gegebenenfalls das Problem mit Belgien lösen und es wird generell für das Militär in unserem Land auf jeden Fall deutlich spannender werden. Da so unglaublich viel passiert ist, konnte ich jetzt nicht während des Videos auf die Kommentare eingehen, aber erstmal fand ich es sehr, sehr schön, dass einige vorgeschlagen haben, dass ich doch ein bisschen mehr auf Wirtschaft eingehen soll. Ich hoffe, das habe ich zu eurer Zufriedenheit getan. Gerne immer wieder Feedback. War es zu viel, war es zu wenig? Ich kann mir vorstellen, dass sich der eine oder andere etwas mehr Action auf dem Schlachtfeld wünscht, aber bei Kaiserreich gehört es nun mal dazu, dass man sich auch ein wenig in die Geschichte einliest und ich habe es trotzdem versucht zu komprimiert wie möglich für euch aufzubereiten, nur dass ihr mal so einen Vergleichswert habt, die komplette Aufnahme. Hier ging jetzt ungefähr zwei Stunden und 15 Minuten, also das ist wirklich komprimiert worden und es geht auf jeden Fall demnächst deutlich anders weiter. Trotzdem an der Stelle nochmal vielen, vielen Dank für die unglaublich vielen Likes, ich glaube, wir hatten 30 Aufrufe und direkt schon 11 Likes und jetzt über 100 Likes, das haben wir früher nie erreicht und jetzt direkt im ersten Part, das macht einfach so unglaublich viel Spaß und auch wenn ich das Video früher bringen wollte, leider kommt ja oder zum Glück kommt ja ein Heu-Livestream dazwischen an der Stelle auch noch der Hinweis, wir werden wahrscheinlich für den Zweittermin-Spieler suchen, das heißt, wenn ihr bei einer Multiplayer-Runde mitmachen wollt, kommt auf den Discount und schreibt einfach nur, hey, ich würde gerne bei der Multiplayer-Runde mitmachen, dann wendet sich wahrscheinlich Tim oder ich an euch und dann finden wir da garantierten Plätzchen, das war es jetzt aber soweit, ich hoffe, dass es euch gefallen hat und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal, ciao Leute!